Wisst ihr Leute, kein Geld zu haben? Sehr gut. Also kommt zu meinem absolut logischen Business Elevating Vogelfrei Fliegen Freiheit Coaching. Wo ich euch erkläre, wie man Geld macht, anstatt einfach selber damit Geld zu machen. Ja, tatsächlich nennen mich meine Freunde auch den Samuriter der Neuzeit. So ein Quatsch will ich euch nicht andrehen, sondern ich will Gleichgesinnte finden. Die wissen wie es ist, wenn man nicht so selbstverständlich die Paid Premium Services kaufen kann, sondern nur die Free Version nutzen kann. Bis ich kollabiere, hau ich diese Raps raus, solange die dir noch fehlt. Du willst glänzend reine Haut? Was ist das Geheimnis? Sich ab und zu mal waschen, statt den ganzen Tag am PC zu vergammeln. Als ob, Digga, ich stinke hier auch irgendwie gar nicht mehr. Danke. Jetzt das Business Elevating Vogelfrei Fliegen Freiheit Coaching selbst austesten und auch glücklicher geduschter Kunde werden, wie die hier. Für 17.999 Euro im ersten Monat. Und, man glaubt es kaum, ich bin tatsächlich schon über 18. Danke, ich weiß, ich hab mich supergehalten. Deswegen, ich habe es selber nicht erlebt, aber ich habe wirklich gehört, dass Kinder geärgert wurden, weil sie bestimmte Skins in einem Spiel nicht hatten. Ey, ja, sorry, dass ich mit 10 kein Geld habe und meine Eltern tatsächlich keinen Ramsch kaufen wollen für ein Spiel, was man eine Woche zockt und dann nie wieder. Und außerdem geht es nicht darum, cool und fancy auszusehen, sondern um den Skill, okay? Und außerdem, Hauptsache, man hat Geld für die wirklich wichtigen Sachen. Wow, ein wahrer Gamer kennt seine Prioritäten. Dr. Pepper und der Win gehören dir. Vielleicht nicht, weil du einfach schlecht bist, get real. Aber die coolen ist, gehören dir. Gesponsert von meinen Eltern, danke, ich werde bestimmt irgendwann viel Geld verdienen. Ciao.